hallo und ein herzliches willkommen zurück bei böse und noch mal böse und weiter böse und ja schlagt es kaputt ich hoffe jetzt sind nicht wieder alle halblänge da okay noch mal ich hatte es nicht gespeichert oder sonst machen wir das ja eindeutig es hat nicht gespeichert warum ich habe doch auf speichern geklickt das ist aber nicht gut ja ja nicht wecken töten 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 seit die tut das tut mir aber leid okay es ist immer noch laut dazu neig ich noch lauter zu sein als ich sein sollte dinge so okay was steckst du darf musst du da rein glitschen junta komm da raus junta 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 kommt daher vor ganz viel geld 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 glänziges schätze und junta wo bist du guter und dann bleibst du halt hier du nutzloser alter beugel okay macht das auf bitte töten töten auch noch mehr typen tot da geht es weiter wieder mal ja ich weiß das hatten wir schon alles scheinen die halblinge nicht zu lösen diesmal haben sie einen erledigt das ist so wir steckt ja auch einer fest dann gibt es aber haue dann kriegt ihr heute kein schleim mehr als abendessen und warum wer wollt ihr den overlord etwa böse machen ich kann ungemütlich werden und da bist du zurückgekehrt ist natürlich nicht unter kaputt machen blablabla löcher kaputt ja schatz 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 öffnen 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 was habt ihr da im gesicht oh okay wenn ihr meint dass sie damit schön aussieht ich bezweifle es äh alles einsammeln töten zerstören koitieren vermöbeln ähm keine ahnung was noch irgendwelche synonyme dafür etwas kaputt zu machen bitte los blindern so so meine kleine armee vielen dank böser halt los schneller aber hey böse eh oh tschuldigung das war absicht ich wollte euch nur motivieren das war nicht so weil ich auszusehen auf die leertaste gedrückt habe neun alles töten alles töten für mich wana eh okay das noch geld wie könnt ihr es wagen dankeschön ich meine natürlich wie könnt ihr es wagen so leichtsinnig mit dem geld umzugehen ähm ähm jamm 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 ist konnte immer noch nicht zurück gold tatu nutzloser alter beule oh was ist hier noch kaputt machen eh oh nutz eh ich will nicht die schlagen ich will die fässer kaputt machen dankeschön tschuldigung dass wir das jetzt nochmal machen aber so dafür ein bisschen schneller und zackiger und super dafür haben wir jetzt mehr geld als letztes mal oder kommt mir das nur so vor egal ja ja es geht schon ja kommt man mit jetzt wieder über löcher ja 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 nein einer reicht bitte holt uns doch hier raus benutzt das rad da drüben machen wir einer der alblinge hat gesagt wir würden wilfred zum armen essen serviert oh ich will nicht gepresst werden dann werkt ihr aber wenigstens zu etwas nutzen so dann sei der nutzloser beule beeil' dich da oben bin ich irgendwie froh dass ich eigentlich weiblich sind sonst gibt es vielleicht noch eine sonja vielen vielen dank hey die halblinge haben eine menge essen hier heruntergebracht sucht ihr danach auf geht's zurück nach raus schicken geht weg ich will euer eure zelle ausplündern ach hier ist gar nichts wie hoch ist meine verderbtheit acht prozent wüsste was das gehört mir los schneller kippt machen warum ist es dort finden es ist natürlich sehr schmettern und es ist gleich kaputt ein objekt ich mag objekte ihr sollt doch in die löcher hinein mann dieser doof schergen dankeschön 4 aber hallo steuerung e nicht alle dankeschön ich hasse diese halblichen löcher und das ist was ist das schmied dafür scherken glaube ich rote grüne braune lila die gibt es gar nicht okay ihr müsst wieder so weit laufen ihr müsst die fehlenden streichen finden damit ihr es verwenden könnt okay machen wir doch aber zuerst will ich mir mehr schergen holen aber man ist es weit entfernt k k dazu können wir auch halb länge dazu zählen oder Sonja alle die das letztlich von Hannibal gesehen haben und wie Sonja das segel von Hannibal weggeschnappt hat die werden das zitat kennen SONJA ok ähm darunter tische zerstören und alles zerstören ich gehe hoch hoch ist immer gut oh war das wirklich so eine gute idee die da drüben sind nicht aufgeweckt die schlafen jetzt für immer in der Hölle ähm ok nein so laut bin ich ähm ja töten 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 oh wo läuft die denn hin was bringt dir das da unten wer mich zum glück hat das lassen sterben der scherken noch nicht angefangen ja im spiel drin spiel für lauf kann es sein dass ein paar viele schärfen naja sagen wir nicht mal leben werden da ist ein das ist kein einer mehr angreifen tötet die ratten tötet das ungeziefer geht 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 für euch sehr gut dann ist hier auch noch irgendwas es war gut dass wir oben durch sind weil da ist ein rat dass die andere tür aktiviert dann aktiviert tut uns nun das mal los schneller äh 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 danke äh ich meine natürlich äh 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 keine ahnung ich bin halt ein bisschen nett mein Schergen sonst ist ja die Loyalität nicht da für euch Gunther steckt immer noch fest diese nutzlose Eiterbeule dumm 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 los kommt schon wieder zurück oh töten töten kaputt machen so nein halt eins zwei drei miau nummer eins nummer zwei kaputt schnell laufen 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 bevor irgendwer stirbt oh oh sehr gut nicht alle da nummer eins kaputt 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 oh kaputt für euch oh so viel Geld das gefällt mir hey wir können zurück dieses gebäude ist zu groß oder sozusagen dieser komplex was uns da wohl erwartet ja ich hab das Spiel länger ich will gespielt da sozusagen jetzt dann eher blind weil ja weil boom so endlich ich bin jetzt um es zu drehen sie die das objekt hätten wir sowieso gebraucht sonst könnten wir es nicht drehen oh nein beginnt der neue komplex ne das finde ich aber nicht toll Gunther du nützlos jetzt kommst du aber raus so der zweite teil ja jetzt sind alle wieder da Gunther das machst du mir nie wieder so hektische Musik oh oh ja das könnte schergen ein topf nein ok zuerst müssen wir den Nachschub entfernen so das oh noch mehr nachschub oh sie kommen sogar rauf sehr gut oh oh so so du mal so tot 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 zerstörung tot ob das eine gute idee war ich weiß es nicht egal plündert alles und lasst euch verlaufen und oh nom 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 solange ihr die da nicht aufschreckt ist mir alles egal nom 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 so sehr gut ihr könntet ihr noch was gemacht so höre kampfkraft ist immer gut bei Schergen Feuer 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 so hier gehe ich noch nicht runter das ist mir zu riskant oh Ratten und oh oh nein 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 oh komm dir sofort her oh oh rotet ab das war knapp das gehört mir naja das ging ja schnell hier unten die könnten wir auch noch aufschrecken aber nicht selber töten außer sie kommen rauf dann müssen wir sie wohl töten okay das waren wohl alle hier los jetzt müssen wir sie hoch oh okay ähm Feuer oh ja tanzt einfach weiter während eure Kollegen tot und sterben zersterben ja sie zersterben nein nicht die Frauen töten doch eigentlich schon aber die will ich töten äh so oh seid ihr tot dann wäre das fest wohl vorbei sehr gut sehr gut es lief doch wie am Schnürchen kein Scherge ist den zum Opfer gefangen so es wird rot ich hätte jetzt gehofft das wäre oh was ist das das ist das Essen okay die oh ich hab kein Mana mehr und tot wie fett und riesig Halblinge werden können so hat er nicht einen Trank dabei ja es glitscht scheiße ich hasse glitschende Tränke die sind mir zu glitschig äh äh ha äh verdammt runter mit dir Tötet sie. Tötet sie. Okay. Das klingt gut. Gemetzel mag ich. Aber das war noch nicht das gelbe vom Hai. Ich weiß nicht mal, ob das gut war. Oh, ein Mana-Bund. Nein, ich will keine Schargen-Opfand. Das ist mir dann doch zu blöd. Das nutze ich wirklich nur im extremsten Notfall. Das gehört mir. Eh. Tod. Zerstörung. Nicht meine Schargen-Tö- Eh. Oh, das ging gut. Nee, gegen Ratten will ich nicht kämpfen. Hi, Ratis. Tschüss, Ratis. So, dass wir das Essen haben. Eure Schärgen tragen es für euch, Meister. Sehr gut. Kaputt sitzt und Dingsbummst alles hier zu Tode. So. Scharzt. Sie sehen wirklich wie eine kleine Legion aus. Und ihr? Ihr habt es gefunden. Rauschingen ist gerettet. Vielen Dank. Wenn ihr das Essen einfach hier abstellen könntet, wir bringen es nach Rauschingen. Dieses Essen würde euch eine beträchtliche Menge an Lebenskraft einbringen, Herr. Herzloser Schurke. Wir verhungern. Oh, ist das mein Problem? Tod. Tötet sie alle. Und tschüss. Das ist jetzt mein Essen. Ach, sehr gut. Wer hat gesagt, dass ich das Essen euch gebe? Na los. Gunter, du Nutzlosheit, weil trag es gefällig ganz. Eifer, du stürzt nur eine Kralle darauf. Wie kannst du es wagen? Los. Sachte, sachte. Ja. 174. 50 Lebenskraft. Das hat sich doch gelohnt. Zurück zum Turn. So. Das war's für heute. Moment. Nee. So. Euch zum Gruße. Geh weg. Also. Oh, 11%. Bösartig. Ruinigt die Feier der Halbinge. Beschafft euch eine Mätresse für euren Turm. Okay, das nehmen wir für uns dann nächstes Mal vor. Geh weg. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.